Das Familienministerium empfiehlt Pubertätsblocker. Noch nie von gehört? Naja, in der Pubertät ist man in seiner Findungsphase und auf dem Regenbogenportal steht, bist du noch sehr jung und bist du noch nicht in der Pubertät? Dann kannst du Blocker nehmen, so hast du mehr Zeit zum Nachdenken und du kannst in Ruhe überlegen, welcher Körper zu dir passt. Einfach mal auf Pause drücken in der Pubertät. Es ist Wahnsinn. Das Familienministerium distanziert sich mittlerweile, aber Erziehung ist Arbeit, unsere Arbeit als Eltern, denn wir müssen sie unterstützen. Wir müssen sie in der Findungsphase unterstützen und das Auf und Ab der Gefühle in die richtigen Bahnen lenken, das gehört dazu. Es ist einfach nur krank, was das Ministerium macht. Das Selbstbestimmungsgesetz zerstört Familien. Ich empfehle Arbeitsblocker für Politiker.